Die Noob Geschichten hoch 3 Boah! Wir gehen dann ab! Wir gehen dann ab! Lol, das hab ich schon drauf genommen. Verdammte Axt. Oh, Rocketpots. 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 Bäm, oida! Ja. Hey Steve, ähm, ja? Fah du! Du es, du es, ja, ja, ja. Jetzt! Ihr seid im Auto. Ja! 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 noch jemand noch jemand das war ja zu viel hier in einem panzer nein nein kein So, nein, nein. Keiner. Haha, haha, gelitten, gelitten, gelitten. Was denn? Ach, was? Das war getroffen. Das war getroffen. Wo war das denn da? Oh, da lagten Backsteine. Ich hab gedacht, das wären... Ja, alle weg. Eine Claymore. Ach. Kann mich jemand wiederbeleben? Danke. Kommt drauf an, wo du bist. Nö, hat sich schon erledigt. Ich bin ja gerade sehr alleine. Ich bin ja gerade sehr alleine. Steve! Jawohl, Alter, wie viele Leute ich da kenne? Noll! Und ich hab einen Soundbuck im Hintergrund, wie scheiße ist denn das? Nein! Wir sind nicht wie viele Leute. Lol! Ja! Was? Lol! Ich hab mich nie gesehen. Ich hab mich einfach nie gesehen. Die Kunden... Krase Scheiße. So. Möchte doch jemand eine Ladung? Schrot ins Gesicht! Schrot ins Gesicht! Kostenlose Ladung! Schrot ins Gesicht! Kostenlose Ladung! Ah! Keine Handgranate ins Gesicht! Sondern Schrot ins Gesicht! Fast nicht Schrot ins Gesicht! Ja, ich kann bei denen nicht eine Literally einfach fliegen. Ja, ganz ehrlich. Es Mole e 005 oder 005! Das HAS L 実f. ist als Oster Quell-Tist. ... Vielen Dank.